Ich habe meinen beruflichen Ursprung im Marketing, war lang in diesem Bereich angestellt und habe vor sechs Jahren für mich festgestellt, mein Gott du hast so viel Power in dir, du musst was eigenes auf die Beine stellen. In meinem Kopf ist quasi 24 Stunden lang Feuerwerk. Ich kann einfach nicht jeden Tag stupide meinen Stiefel durchziehen, ohne im Kopf schon die nächsten drei Projekte zu planen. Es wird mich langweilen und Energie rauben, so gegensätzlich, dass er klingen mag. Vor knapp sechs Jahren war es dann also soweit. Ich habe mein erstes Kaffee gegründet, das Kaffee Glücklich. Simpler Name, simples Konzept. Ein Kaffee mitten im Herzen von Radensburg. Inzwischen hat sich daraus noch viel mehr entwickelt. Gegenüber habe ich meinen Laden, Herr Rossi, für regionale Köstlichkeiten eröffnet und auch so bin ich mit Caterings, Dekorationen und ganz viel mehr täglich am Gas geben. Klass ist, dass man hier in Radensburg auch mit außergewöhnlichen Konzepten Erfolg haben kann. Denn die Menschen hier sind neugierig und offen für das Besondere. Brauerfrau? Vielleicht. Mir macht es einfach riesigen Spaß. Mein Name ist Steffi Leiter und ich bin super froh, hier in Radensburg meinen Lebensritelpunkt gefunden zu haben. Ich habe was vorher. In der Zeit mit dem Bildern des Kaffee gegründeten, ich habe Pollocken über die Frage bis zum Bildern des Kaffee gegründeten. Ich habe es ganz viele Auslass zu gewöhnen. Ich habe es eine Möglichkeit, mir über die Frage bis zum Bildern des Kaffee gegründeten. Pullen wir die Frage. Vielen Dank.